hallo meine hübschen katrin von maxi primus hier ich möchte euch heute was ganz tolles vorstellen wieder mal eigentlich immer wenn ihr ein video von mir seht stelle ich euch was vor und zwar geht es heute um meine haare um ein shampoo dass ich testen durfte von der marken jury und zwar ist dass dieses tolle produkt kostet ungefähr zwischen 14 und 15 euro gibt es nur in friseursalons und das ist von paul mitchell und nennt sich wild ginger avapui wild ginger shampoo und ich habe mir die haare gewaschen so sehen die jetzt aus ich finde die sind richtig toll sie glänzen sie sind voller schwung und ja ich bin absolut begeistert von dem shampoo und ich kann euch das nur empfehlen wenn ihr jetzt ein bisschen was noch lesen wollt wie sich das shampoo anfühlt und ja meine erfahrung den erfahrungsbericht den kompletten findet ihr wie immer auf meinem blog auf www maxi primus.de ich verlinke euch den blog eintrag wieder in den kommentaren ganz oben und ja ich freue mich